Ich darf Tagesordnungspunkt 79 aufrufen, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU, Jahrestag der Jahrhundertflut 2021, dank den Helferinnen und Helfern, insbesondere aus Hessen, Katastrophenschutz weiter stärken, mit der Drucksachenummer 8820 aus 20, wird gemeinsam aufgerufen mit dem Tagesordnungspunkt 87, dem Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen, mit dem Titel Die Sicherheit der hessischen Bürgerinnen und Bürger als oberstes Ziel, Katastrophen, Brand- und Zivilschutz in Hessen auf hohem Niveau. Das ist die Drucksachennummer 8826 aus der 20. Legislaturperiode. Wie immer bei aktuellen Stunden fünf Minuten. Wie immer darf die Fraktion eröffnen, die diesen Punkt beantragt hat, und das ist diesmal Herr Hering. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Zuschauer, ein Beitrag zur Aktuellen Stunde aus einem traurigen Anlass, Jahrestag einer Katastrophe, über 180 Tote, noch mehr Verletzte, unermessliches Sachschäden, unermessliches Leid bis zum heutigen Tag. Ich denke, es besteht Einigkeit, dass wir alle hier im Haus tiefes Mitgefühl für die Opfer und Angehörigen empfinden. Der Blick zurückquält, die Bilder vor Augen quälen. Die Flutkatastrophe, dieses Leid, aber auch andere Gefahren rütteln wach, und sie mahnen, zusammengefasst in vier Punkten. Der Klimawandel bedingt zunehmende Gefahren von Extremwetterereignissen und Umweltkatastrophen. Die Gewährleistung eines leistungsfähigen und modernen Katastrophenschutzes ist ein grundlegender Baustein einer zukünftfähigen Sicherheitsarchitektur. Diese übrigens gehört zur DNA- und zur CDU-Politik. Die Bevölkerung muss bestmöglich auf die alltäglichen Ereignisse und das Verhalten im Notfall vorbereitet werden. Wir müssen auch unsere örtlichen Schutzmaßnahmen überprüfen und, wo notwendig, überarbeiten. Ministerpräsident Boris Rhein hat es in seiner Regierungserklärung herausgestellt. Der Stärkung des Katastrophenschutzes in unserem Land kommt eine besondere Bedeutung zu. Die wichtigste Ressource im Brand- und Katastrophenschutz aber sind die Ehrenamtlichen in den Feuerwehren und in vielen Hilfsorganisationen, die Menschen aus unserer Mitte, die Menschen, die viel Zeit und Belastungen auf sich nehmen, das ganze Jahr über. Es tut gut, gerade in dieser Stunde Sie zu sehen, Ihr Interesse, den Zusammenhalt zu spüren, wenn ich hier auf die Besuchertribüne blicke. Ich grüße sehr herzlich die Vertreter vieler engagierter Menschen vom Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Landesfeuerwehrverband Hessen, Technisches Hilfswerk, Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Arbeiter-Samariter-Bund, die AG Katastrophenschutz beim Arbeiter-Samariter-Bund. Es ist zwar eine Initiative der CDU, aber eigentlich ist diese Aktuelle Stunde Ihre Stunde. Herzlich willkommen. Übrigens, hier aus dem Hessischen Landtag kam die Initiative zur Verschärfung des Schutzparagrafen zum Schutz von Einsatzkräften, von Polizei, Feuerwehr und den vielen Hilfs- und Rettungsdiensten. Wir dulden und wir ertragen es nicht, wenn sie bedrängt, beschimpft oder angegriffen werden. Für meine Heimatregion, konkret in Fulda, aber sicher auch für eigentlich alle hier im Saal, stelle ich fest, das Ehrenamt hilft nicht nur in Gefahrenlagen, es stärkt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und hält unentgeltlich vieles am Laufen. So setzen wir auf vorbildliche und vielfältige Maßnahmen zur Ehrenamtsförderung und Nachwuchsgewinnung. Dazu zählen die Leistungen des Landes für Aus- und Fortbildung, aber auch zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Katastrophenschutz. Ausrüstung und technische Modernisierung auf höchstem Niveau, auch die Aufwertung der Luftrettung zählt dazu. Geballte Einsatzbereitschaft, hier Hessen mit einem Spitzenplatz. Angesichts vom Klimawandel haben wir auch Waldbrandgefahren in den Blick genommen und schwerpunktmäßig Einsatzmittel zur Bekämpfung von Waldbränden, aber auch zur Bewältigung von Starkregen und Hochwasserereignissen beschafft. Wir sehen die Bedeutung frühzeitiger Warnungen, so nenne ich beispielhaft Investitionen ins Sirenennetzwerk oder die stetige Weiterentwicklung der mobilen Warn-App HessenWarn. Hier leistet auch das Digitalministerium seinen Beitrag, unter anderem ganz konkret mit der Förderung eines innovativen, stark Regen-Frühwarnsystems über die Geschäftsstelle Smarte Region. Der Raum reicht hier nicht, alles aufzuzählen. Wir sehen Detaillierteres in unserem Dringlichen Entschließungsantrag. Lehren ziehen und vorausschauen als Beitrag für bestmögliche Sicherheit in unserem Land, aber immer mit Achtsamkeit und Demut, weil es keine absolute Sicherheit, keine Garantien geben kann. Umso mehr setzen wir auf unsere verantwortungsbewusste Gesellschaft, auf unseren Zusammenhalt. Das zeigt sich auch in zahlreichen privaten Initiativen, und selbstlosen Einsätzen und Hilfen von Nachbarn oder auch Fremden. Auch im Ahrtal so geschehen. Wir setzen auf unsere vielfältigen Hilfseinrichtungen und Hilfsdienste. Auf Sie, meine sehr geehrten Gäste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen vielen Dank für Ihren Einsatz. Kommen Sie immer wieder gesund zurück. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 Nächster Redner ist Herr Gagel. Ach, da steht er. Ich habe sie schon gesucht. Bitte schön, Herr Gagel. Sie haben das Wort. Jetzt ist er wieder da. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach diesem Selbstlob-Werbeblock kehren wir wieder zurück zu den Tatsachen. Meine Damen und Herren, die Tragödie im Ahrtal vor einem Jahr legte das gesamte Ausmaß von Regierungsversagen offen. Stellvertretend für das Versagen auf der allerobersten Ebene waren hier die zuständige Ministerin, die grüne Ministerin Spiegel, und der zuständige CDU-Landrat Vöhler. Tage zuvor rechneten alle numerischen Wettervorhersagemodelle mehr oder weniger übereinstimmend ein mega Niederschlagsereignis in Westdeutschland. Selbst jeder meteorologisch interessierte Laie wusste genau, was da kommen wird. Jemand, der diese Prognosen aber richtig interpretieren konnte, jemand, der die Dramatik aus den numerischen Vorhersagen herauslesen konnte, fehlte offensichtlich auf der hauptamtlichen Ebene der Regierung in unseren Nachbarländern. Meine Damen und Herren, ich nenne das ein komplettes Organversagen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die Megakatastrophe im Ahrtal hat nichts mit Klimakrise oder diesem ganzen Geschwurbel zu tun, was man immer hier von linker Seite besonders hört. Das zeigt die Klimageschichte eindeutig. Das Ahrtal ist aufgrund seiner Topografie für eine Flutkatastrophe dieser Art prädestiniert. So ist sonnenklar festzustellen, den Megaschaden an Häusern und Brücken hätten wir nicht verhindern können. Aber die etwas über 180 Tote, die das Unwetter insgesamt gefordert hat, gehen sicher zu einem beachtlichen Teil auf das Konto dieser unfähigen Regierungen in NRW und RLP. Sie tragen die politische Verantwortung dafür. Dass die grüne Ex-Ministerin Spiegel noch Tage und Wochen von SPD-Kanzler Scholz gedeckt wurde und erst zum Rücktritt zu bewegen war, nachdem der öffentliche Druck zu groß geworden war, belegt dies eindrucksvoll. Den Helferinnen und Helfern nicht nur aus Hessen, die bei den Aufräumarbeiten im Ahrtal über sich selbst hinausgewachsen sind und unurmütlich für die Flutopfer und deren Hab und Gut gekämpft haben, gebührt unser allergrößter Respekt. Menschen wie Sie regen unser Land viel mehr als unfähige Regierungspolitiker, und das gehört anerkannt, meine Damen und Herren. Den hier anwesenden Regierungsmitgliedern von CDU und GRÜNEN bescheinige ich in ihrem selbst lobenden Dringlichen Entschließungsantrag Geschmacklosigkeit und Überheblichkeit. Wenn die hauptamtliche Ebene versagt – das war eindeutig die hauptamtliche Ebene, die versagt hat – und die ehrenamtliche Ebene funktioniert, meine Damen und Herren, dann sage ich Ihnen, da ist kein Platz für Selbstlob. Jeder Euro, der Posten und Pöstchen in der Regierung einsparen würde und zugunsten des Katastrophenschutzes umschichten würde, wäre ein guter Euro. Weniger Bürokratie, weniger Ministerialbeamte, mehr Ausstattung und Unterstützung für unsere engagierten Helfer im Ehrenamt. Ihr Antrag ist auch noch aus einem anderen Grund geschmacklos. Während Millionen unseres guten Steuergeldes taglädig in unnützen Projekten wie Gendersprache, Klimaschutz oder LTSQB-Förderung verplempert werden, Milliarden für die Einwanderung in unsere Sozialsysteme ausgegeben werden, warten die Menschen im Ahrtal immer noch zum großen Teil auf Geld. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wären Katastrophenschutz und ehrenamtliche Helfer im Ahrtal nicht vor Ort gewesen, meine Damen und Herren, so wären die Menschen dort vor Ort komplett allein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das Ganze illustriert das Absurde der heutigen Politik. Unfähige grüne Politikerinnen, die ständig etwas von Klimakrise schwurbeln können, aber keinen Plan, wie man Katastrophenschutz auch dann einsetzt, wenn wirklich eine Katastrophe droht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Daher ist klar, das Ehrenamt muss sehr viel attraktiver gemacht werden, mehr öffentliche Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr praktische Unterstützung. Und es ist auch klar, dass THW und andere Hilfsdienste besser ausgestattet werden müssen, zum Beispiel bei Fahrzeugen, Werkzeugen, Kleidung und noch vielen anderen Dingen. Da ist noch viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. – Als Nächstes für die SPD-Fraktion die Vizepräsidentin Heike Hoffmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Jahrestag der Katastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen jährt sich am heutigen Tag. 150 l pro Quadratmeter – das muss man sich einmal vorstellen – ging an manchen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bei der Naturkatastrophe im letzten Jahr nieder. Unvorstellbare Sturzfluten und dieser Starkregen führten zu unglaublichen massiven Überschwemmungen. Über 180 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 800 Menschen wurden verletzt. Zehntausende von Menschen haben ihre Zuflucht, ihr Zuhause verloren. Und ich glaube uns alle, gerade an dem heutigen Tag, gehen diese schrecklichen Bilder und dieses Leid gar nicht mehr aus dem Kopf. Herr Herrmann, ich muss Ihnen ganz deutlich sagen, Ihre Rede und Ihr Nutzen dieses Jahrestages der Katastrophe für Ihren Rechtspopulismus, das ist geschmacklos und völlig widerwärtig. Ich möchte das auch im Namen der SPD-Landtagsfraktion noch einmal im Gleichklang mit den demokratischen Fraktionen in diesem Hause betonen. Das Dank des unermüdlichen Einsatzes der Helferinnen und Helfer, der Feuerwehr, der Polizei, der Bundeswehr, des THWs, anderer Helferorganisationen. Ich freue mich sehr, dass auch hier namenhafte Vertreter heute hier in dieser Debatte lauschen und anwesend sind. Vielen Dank dafür, Ihnen ist zu verdanken. 26.000 Hessinnen und Hessen, dass sehr viel Leid abgemildert worden ist und dass immer noch geholfen wird. Vielen Dank für diesen unermüdlichen Einsatz. Wir haben auf der einen Seite die Auswirkungen des Klimawandels, denen wir entschlossen begegnen müssen, aber auch, das will ich hier ausdrücklich noch einmal ansprechen, die schrecklichen Auswirkungen des Angriffs Putin auf die Ukraine, die in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu einer Neuausrichtung zwingen. Wir alle wissen, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende spricht, die sich auch auf notwendige Kapazitätsveränderungen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes auswirkt. Wir müssen diese Bereiche dringend stärken. Auch da brauchen wir eine Neuausrichtung, die schon begonnen wurde. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe über alle Ebenen hinweg, und zwar Bund, Land und Kommunen. Wir als SB-Landtagsfraktion haben aus gutem Grund mit einem Berichtsantrag, der sehr umfänglich ist, vor Kurzem abgefragt, welchen Status quo wir in Hessen haben und was noch zu tun ist. Wir haben auch einige Punkte herausarbeiten können, etwa beim Bereich der Sireneninfrastruktur, über die bis dato nur zwei Drittel der Kommunen verfügen. Neben dem Warnsystem HessenWarn, KatWarn und der Umstellung auf den Tetrageneralfunk sowie der Warn-App Nina bedarf es aus unserer Überzeugung heraus, und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung mit der Regierung, eines eigenen Sirenen-Alarmsystems. Unabhängig davon habe ich mein Smartphone an, habe ich es nicht, habe ich die App oder nicht, ist es wichtig, dass wir flächendeckend über solch ein Sirenen-System in Hessen verfügen. Da sage ich Ihnen deutlich, da müssen noch mehr Kommunen entsprechend mit Sirenen ausgestattet werden. Meine Damen und Herren, auch die Umstellung auf dieses Tetranetz, da gibt es bis dato eine Landesführung von 2,1 Millionen €. Bei 421 Kommunen sage ich Ihnen deutlich, Herr Innenminister, da müssen Sie die Kommunen finanziell noch einmal deutlich unterstützen. Die Warn-Apps KatWarn und HessenWarn, da verfügen 785.000 hessische Bürgerinnen und Bürger schon darüber. Aber wir haben 6,3 Millionen Einwohner, meine Damen und Herren. Auch da ist noch ganz schön Luft nach oben. Zudem sind wir der Überzeugung, dass die Kommunen bei der Beschaffung von Notstromaggregaten, Wasserbehältern und Wasserbesorgungsanhängern stärker unterstützt werden müssen. Hier liegen dem Land noch nicht einmal Daten vor. Ich darf den Experten Nikolaus Geiler noch einmal zitieren, was die Rolle der Kommunen anbelangt. Er sagt, ich darf ihn mit Genehmigung des Präsidenten zitieren, die meisten Kommunen sind auf ein solches Ereignis wie im Ahrtal nicht vorbereitet. Und ja, das Land macht hier Informationsveranstaltungen etc. Aber wenn man bedenkt, dass mehr als zwei Drittel der Kommunen noch nicht einmal Gefahrenkarten für Starkniederschläge haben, dann bedarf es neben der fachlichen Unterstützung auch der sonstigen, vor allen Dingen finanziellen Unterstützung des Landes. Denn wir wissen, wie schlecht die Kommunen durch das Land Hessen finanziell ausgeschüttet werden. Da muss das Land mir helfen und unterstützen, meine Damen und Herren. Sie denken, dass Sie schon überzogen haben? Ich komme zum Schluss. Wir sind der Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor allen Dingen dankbar, dass sie gesagt hat, wir brauchen den Neustart im Bevölkerungsschutz und viele Maßnahmen ergriffen hat, auch zusätzlich 10 Milliarden € zur Verfügung gestellt hat. Meine Damen und Herren, beim Katastrophenschutz macht das Land schon einiges. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Hier gilt es nachzuschärfen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächster ist der Kollege Felstehausen für die Fraktion der LINKEN. Danach ist Herr Hoffmann von den GRÜNEN auf meiner Zettelliste. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsorganisationen! Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei der CDU bedanken, dass Sie diesen Punkt heute hier an dieser Stelle aufgerufen haben, dass Sie allen hier im Landtag vertretenen Parteien die Gelegenheit geben, auch noch einmal den Dank auszusprechen, den den Helferinnen und der LINKEN. Aber auch gemeinsam vielleicht einen Impuls zu geben, zu überlegen, was wir eigentlich daraus gelernt haben, was wir eigentlich tun haben, wo es in Hessen eigentlich Punkte gibt, an denen die Erfahrungen bei den über 180 Menschen ihr Leben verloren haben, wo ein Schaden von über 33 Milliarden € entstanden ist, wo viele Menschen ihr Hab und Gut und ihre Heimat verloren haben, wie wir dazu beitragen können, dass sich solche Ereignisse in Hessen eben nicht wiederholen. Ja, es ist sehr positiv, und ich glaube, das müssen wir auch herausheben. Nach der sogenannten Jahrhundertflut gab es eben auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft. In den ersten Stunden durch die vielen ehrenamtlichen Kräfte der Hilfsorganisationen, Tage, Wochen und bis heute, aber auch die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Da möchte ich mich an der Stelle einmal an die AfD wenden. Wissen Sie, was mich begeistert hat, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die in diesen Gebieten gelebt haben? Denen war es völlig egal, welche Religion, welche Hautfarbe oder sonst irgendetwas da ist. Man hat sich gegenseitig geholfen. Dass Sie diese Aktuelle Stunde nutzen wollen, um die Menschen gegeneinander auszuspielen, Geflüchtete gegen Hilfsorganisationen, das ist eine Schande. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Aber, meine Damen und Herren, Jahrhundertflut. Ja, wir wissen bei diesen Begrifflichkeiten, da ist tatsächlich etwas im wahrsten Sinne des Wortes ins Rutschen gekommen. Unser Versagen in der Klimakrise hat eben heute schon dazu geführt, dass wir uns gleich doppelt anstrengen müssen. Natürlich weiter bei der Bekämpfung der Ursachen der Klimakrise, dem ungedrosselten Ausschuss von CO2, der weiteren Versiegelung von Flächen durch Autobahnbau und Zersiedlung und dem Festhalten einer Utopie eines ungebremsten Wirtschaftswachstums. Und bei der Klimafolgenanpassung, nämlich genau an der Stelle, weil wir die Warnungen der Wissenschaft nicht ernst genommen haben. Vegetationsbrände, Hochwasser, Schlammlawinen, Dürren, Hitzewellen, all dies sind Vokabeln, mit denen wir uns und auch die Hilfsorganisationen in Zukunft mit ihren gravierenden Folgen immer mehr auseinandersetzen müssen. Dafür brauchen wir eben die Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen. Dazu müssen sie gut ausgestattet sein mit Material, Gerät und all dem, was sie brauchen, damit sie ihre Arbeit machen können. Ja, da liegt noch vieles im Argen. Der bundesweite Alarmtag, bei dem die Alarmierung der Bevölkerung gerade getestet werden sollte, ist wieder verschoben worden, um sich die Peinlichkeit von 2020 zu ersparen. Dass die Landesregierung weiterhin fast ausschließlich auf Warn-App und SMS-Warnungen setzt, zeigt doch, dass die Lernkurve eher flach ist. Der Großteil der Opfer in den Katastrophengebieten war älter als 60, die zum großen Teil nicht über die digitale Kompetenz verfügen, die kein Smartphone haben und die die sozialen Medien nicht nutzen. Das müssen wir in unsere Planungen einbeziehen und können dort an der Stelle nicht sagen, wir gehen ausschließlich in den Bereich von Warn-Apps. Ich bin völlig bei der Kollegin. Wir brauchen ein funktionierendes, autarkes System, auch an Sirenen, um die Bevölkerung zu warnen. Es gibt viele Praxisbeispiele, auf die man hier eingehen könnte. Das ist die Zuweisung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz ohne wirkliche Rücksprache mit den Einsatzkräften vor Ort. Die Kameradinnen und Kameraden freuen sich da sicherlich über jede Unterstützung, aber wenn Sie dann zurückmelden, Sie haben ein Fahrzeug zugewiesen bekommen und wissen jetzt gar nicht, wo Sie es abstellen wollen, weil niemand gefragt hat, ob es da die entsprechenden Plätze gibt, dann ist das eben etwas, wo man sagt, da ist Nachbesserung. Ja, der Teufel steckt eben häufig im Detail. Da reicht es nicht nur, hier im Landtag zu diskutieren. Da müssen wir den Hilfskräften vor Ort zu hören, was sie brauchen, um die zunehmenden Einsatzlagen zu bewältigen. Hier gibt es eine Menge Hinweise, das beginnt bei der mangelhaften Einsatzkleidung, bei den Schwierigkeiten bei Übungseinsätzen und der Gewinnung von Arbeitsamtlichen. Diese Dinge, Herr Beuth, ich will das ausdrücklich sagen, liegen nicht nur in der Verantwortung der Landesregierung. Aber die Aufgabe und die Verantwortung der Landesregierung ist es, die Kommunen so auskömmlich zu finanzieren, dass bei klammen kommunalen Kassen nicht der Brand- und Katastrophenschutz gegen die berechtigten Interessen, beispielsweise der Sport, der Daseinvorsorge oder der Kultur ausgespielt wird. Da müssen wir nachbessern, denn sonst haben wir diesen Konflikt vor Ort. Herr Kollege, verbessern Sie bitte bei der Zeit nach. Das werde ich tun. Ich schaue noch einmal. Ich bin etwas drüber. Ich komme zum Schluss. Ja, ich möchte mich im Namen der Fraktion DIE LINKE eben auch bei den 70.000 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, des TRWs und der vielen, vielen anderen Hilfsorganisationen mit ihren ehrenamtlichen Helfern bedanken. Ich wünsche allzeit einen Einsatz, der gut verläuft. Kommt bitte gesund an Körper und Psyche aus den Einsätzen zurück. Wir brauchen Sie, und wir brauchen Ihre Bereitschaft, für uns da zu sein. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier auch mit Ihrem Besuch geehrt haben. Vielen Dank. Der Kollege Hoffmann kommt schon. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass in Aktuelle Stunden in der Regel fünf Minuten Beiträge sind. Und es klappt auch. Nein, es klappt nicht bei den meisten heute. Bitte schön, Herr Hoffmann. Sie werden jetzt garantiert ein super Beispiel sein. Bitte. Ich versuche es. Ich kann es nicht garantieren. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als ich die Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal und in NRW im vergangenen Jahr sah. Ich war fassungslos, wie entfesselt Natur sein kann. Zwischen 100 und 150 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in zwei Tagen im Ahrtal und an der Erft und verwandelten Bäche in reißende Flüsse, spülten Straßen und Häuser weg, zerstörten Brücken und sehr viele Existenzen. Über 180 Menschen starben. Das sind bei allen materiellen Schäden vorangestellt sehr schmerzhafte und grausame Dramen, die sich in vielen Familien abspielten. Den vielen Helferinnen und Helfern, die tatkräftig und uneigennützig vor Ort halfen und immer noch helfen, sei zuallererst gedankt. Durch ihren Einsatz konnten Menschenleben gerettet werden und Infrastruktur auch wieder aufgebaut werden. Auch viele Haupt- und Ehrenamtlichen und Einsatzkräfte aus Hessen waren beteiligt, um Menschen zu retten und um zu helfen. Interessanterweise hatte ich gestern Abend ein Gespräch mit zwei DLRG-Menschen, die auch vor Ort waren, die aber auch vom Chaos der Organisation sprachen und unverrichteter Dinge auch wieder nach Hause fuhren. Sie versicherten mir aber – da bin ich ziemlich beruhigt –, dass es in Hessen nicht so stattfinden kann, weil die Blaulichtorganisationen in Hessen viel besser vernetzt sind. Das ist bei Großlagen ein großer und entscheidender Vorteil. Katastrophenschutz wird immer dann gebraucht, wenn sich die Bevölkerung durch Unglücke, Naturkatastrophen und Unfälle nicht mehr selbst hälschen kann. Hessen tut viel, um diese elementare Hilfe für seine Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. In Hessen investieren wir viel in Ausrüstung und in die Ausbildung. Da sind wir bundesweit recht weit vorne. Aber auch in Warnsysteme wie HessenWarn und in die Sireneninfrastruktur wird stark investiert. Natürlich stellt man sich die Frage, kann so eine Katastrophe auch bei uns passieren, in Hessen, in meinem Kreis, in meinem Ort. Wenn wir von entfesselten Naturgewalten sprechen, dann muss man ganz klar sagen, ja, das kann überall geschehen. Starkregen und trockene Sommer können Überflutung und Waldbrände verursachen. Durch den fortschreitenden Klimawandel ist ein Zuwachs an Extremwetterlagen wie im Juli 2021 schon jetzt evident und messbar. Während wir gestern Abend den Abend des Sport feierten, waren gut 130 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligenfeuerwehren auf der Platte – das ist gar nicht weit weg hier – viele Wiesbadener konnten die Flammen sehen – im Einsatz, um einen Waldbrand zu löschen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Über 5.000 m² Wald und Waldfläche wurden vernichtet. Auch hier gilt mein Dank heute allen Einsatzkräften. Wichtig ist die Frage, wie wir präventiv und mit Extremwetterlagen umgehen, und wie wir im Krisenfall reagieren. Dass wir Mittel für Ausstattung und Ausbildung der Haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte dringend brauchen, liegt an den steigenden Anforderungen und Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels. So war es erwiesenermaßen auch im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen ein massives Tiefdruckgebiet, welches sich nur langsam weiter bewegte und deshalb diese unglaublichen Wassermassen auf kleinem Gebiet abregnen ließen. Da sind sich Expertinnen und Experten einig, eine direkte Folge des Klimawandels, da sich unter anderem durch die Erwärmung der Polkappen und die Verlangsamung des Jetstreams die Luftdruckgebiete eben länger in einer Region verharren. Deshalb ist es auch von zentraler Bedeutung, auf die Folgen von Klimaerhitzung gut vorbereitet zu sein. Deshalb brauchen wir große Investitionen in den hessischen Katastrophenschutz. Wer sich nur mit dem Wetter von morgen beschäftigt und nicht über Klima Bescheid weiß, der sollte jetzt streiken. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Gleichwohl müssen wir an die Wurzel des Problems – die Abmilderung der Klimaerhitzung. Meine Damen und Herren, deshalb stehen wir alle in der Verantwortung, dass nicht nur eine gute Ausstattung und Ausbildung der Ersatzkräfte vorhanden ist, sondern wir uns mit gleichem Engagement den Klimaschutzzielen des Landes Hessen widmen. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Sie haben es bewiesen. Es geht in fünf Minuten. Die Latte liegt hoch, Herr Kollege Müller. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Hessische Landtag ist heute in Gedanken bei den über 180 Opfern der Flutkatastrophe von vor einem Jahr. Ich glaube, das ist etwas, was im Mittelpunkt der Debatte stehen sollte, weil die Angehörigen bis heute leiden, ihre verstorbenen Familienmitglieder vermissen, Freunde vermissen und auch selbst noch Leiden oder Verletzungen, sei es psychisch oder auch physische Folgen, davongetragen haben und teilweise auch noch unter existenziellen Sorgen leiden, weil sie eben alles verloren haben in dieser Nacht, die so tragisch war. Genauso gilt es, den vielen Helfern aus dem Bereich des Katastrophenschutzes zu danken. Vielen Dank, dass Sie sich eingesetzt haben. Es waren eben auch viele Hessen, die unterwegs waren. Es waren hessische Hubschrauber, die mit den Seilwinden ausgestattet sind, die notwendig waren, um Menschen von den Hausdächern zu retten. Das ist etwas, was wir in Hessen anderen Bundesländern voraus haben. Das muss man an der Stelle auch einmal positiv erwähnen. Dort konnten wir helfen. Das ist dann auch besonders zu erwähnen. Aber es sind natürlich auch tragische Situationen, denen die Helfer dann ausgesetzt sind. Sie sehen Bilder und Sie sehen die Zerstörung vor Ort. Auch das muss man erst einmal verarbeiten. Deswegen ist der Bedank nicht nur auf die Hilfsbereitschaft, sondern auch auf die Strapazen und die Folgen, die die vielen Helferinnen und Helfer auf sich nehmen, zu richten. Das muss man auch einmal betonen. Auch hier ist es wichtig, dass Hilfsangebote vorhanden sind. Ich habe schon gesagt, dass Hessen im Bereich des Katastrophenschutzes durchaus gut aufgestellt ist. Dort hat der Bund in den letzten Jahren erhebliche Defizite aufgewiesen. Deswegen ist es gut, dass die Regierung jetzt auf Bundesebene ein 10-Milliarden-Programm auflegt, das auch in Hessen sicherlich noch einmal unterstützen wird, auch wenn wir in Hessen in der Ausstattung schon deutlich weiter sind als viele andere, weil wir auch hier im Hessischen Landtag immer wieder die Mittel bereitgestellt haben, die auch die Landesregierung Peter Beuth schmunzelt richtig verwandt hat im Bereich des Katastrophenschutzes für Investitionen für Ausstattung. Wir haben aber auch noch eine ganze Menge Aufgaben vor uns liegen. Da sind wir bei dem Thema Sirenen. Die Kommunen haben sie abgebaut. Das ist richtig. Jetzt müssen wir aber wieder dafür sorgen, dass sie aufgebaut werden. Da habe ich kein Verständnis für den Streit, ob das Land oder der Bund oder wer auch immer die Finanzierung bereitstellt. Grundsätzlich sind die Kommunen verantwortlich, aber sie brauchen Unterstützung dafür. Deswegen sollten sich hier der Bund und die Länder sehr schnell abstimmen und koordinieren, um entsprechend die Alarmierung der Bevölkerung zu ermöglichen. Ich glaube aber, dass wir darüber hinaus auch in den Kommunen noch sehr viel verstärkter tätig werden müssen. Die Kreisbrandinspektoren sind auch für den Katastrophenschutz zuständig. Aber in den Kreistagen ist das Thema Katastrophenschutz in aller Regel kein Thema, obwohl eine Zuständigkeit besteht. Auch für die Ausstattung der Katastrophenschutzzüge vor Ort ist bei den meisten gar nicht im Kopf. Das müssen wir wieder mehr in den Fokus rücken. Wir hatten schon immer mit Katastrophen zu tun, aber wir müssen vorbereitet sein. Da will ich auch auf ein Thema eingehen, was wir im Moment mit der Energiepolitik, die wir in Deutschland machen, vorantreiben, aber was auch die Gaskrise jetzt noch einmal hervorruft, einen möglichen Blackout. Da sind wir nämlich als Land Hessen, als Bundesrepublik, aber auch die Kommunen vor Ort in aller Regel nicht gut vorbereitet. Ich sage ganz offen, es ist ein Themenbereich, wo es auch schwierig ist, sich auf alles vorzubereiten. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es gibt eine gewisse Grundversorgung, die Infrastruktur, die Polizei, auch Bereiche der öffentlichen Verwaltung, aber auch die Ausstattung. Deswegen hat es mich gefreut, dass auch der Innenminister vor kurzem wieder darauf hingewiesen hat, dass die Haushalte, die Privathaushalte eine gewisse Vorkehr auftreffen sollten, Nahrungsmittel in Grenzen aber vorhalten sollten, um zumindest einmal einige Tage über die Runden zu kommen. Hier braucht es mehr Informationen. Hier müssen auch dringend in den Schulen, aber auch in den öffentlichen Behörden und Einrichtungen und auch in den Unternehmen sehr viel mehr Aufklärung und Informationsarbeit laufen. Das macht einfach Sinn, um sich hier auch entsprechend für die Zukunft zu rüsten. Ich glaube, dass da die Kommunen sehr viel Unterstützung brauchen. Wir sind relativ gut aufgestellt, aber wir können nur, weil wir gut sind, immer noch besser werden. Das sollten wir versuchen. Da sollten wir uns alle gemeinsam anstrengen. Sie sind dabei vom Katastrophenschutz von der Feuerwehr und der THW. Sie brauchen unsere Unterstützung. Ich kann Ihnen für die Freien Demokraten zusagen. – Vielen Dank. Punkt Landung. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Der Innenminister, Herr Peter Beuth, hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf den Tag genau vor einem Jahr fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter in Teilen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit verheerenden Folgen für die Menschen vor Ort. Die Bilder der Flutkatastrophe sind für die Menschen in ganz Deutschland noch immer allgegenwärtig. Die Betroffenen in den Flutgebieten haben entsetzliches Leid und zum Teil verheerende persönliche Verluste erfahren. Vor allem gedenken wir heute den rund 180 Toten, die dieses gewaltige Naturereignis gefordert haben. Die Bilder der durch Hochwasser und Schlammlawinen verwüsteten Städte und Gemeinden werden uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben. Es bleiben jedoch auch die Bilder jener, die im Katastrophengebiet einen unglaublich wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, Menschenleben zu retten, betroffene Menschen vor Ort schnellstmöglich zu unterstützen und wichtige Infrastrukturen zumindest provisorisch wiederherzustellen, damit die Versorgung vor Ort bestmöglich sichergestellt werden konnte. Dazu haben rund 1.800 Einsatzkräfte des hessischen Katastrophenschutzes erfolgreich beigetragen. Einheiten aus dem ganzen Land haben sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz unter widrigsten, kräftezehrendsten Bedingungen Menschen per Helikopter von Hausdächern aus den reißenden Fluten gerettet, umfassende Erkundungsmaßnahmen durchgeführt, sich an Vermisstensuche beteiligt und technische Hilfe überwiegend bei der Wasserförderung geleistet haben. Es ist wirklich bemerkenswert, mit welch einem Einsatzwillen und auch Durchhaltevermögen Sie all diese Aufgaben gemeistert haben. Für dieses herausragende Engagement und den besonderen Mut möchte ich den haupt- und ehrenamtlichen hessischen Helferinnen und Helfer, die sich vor Ort an unzähligen Hilfs- und Rettungseinsätzen beteiligt haben, soll ganz herzlich Dankeschön sagen. Meine Damen und Herren, die Grundlage eines leistungsfähigen und modernen Katastrophenschutzes bildet einen Dreiklang. Engagierte, gut ausgebildete Einsatzkräfte, überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte, zielgerichtete Konzeptionen für unterschiedliche Einsatzlagen sowie umfängliche Ausstattung mit modernsten Einsatzmitteln. Meine Damen und Herren, das Land Hessen hat in diesen Bereichen auch im Bundesvergleich besonders viel investiert. In den letzten 14 Jahren allein 70 Millionen € in eine Ausstattungsoffensive. Wir sind diejenigen, die sowohl im Brandschutz als auch im Katastrophenschutz bei den Hilfsorganisationen das Thema Förderung des Ehrenamtes, Anerkennung des Ehrenamtes, Wertschätzung des Ehrenamtes in einer besonderen Form auch im Gegensatz zu anderen Bundesländern leisten. Meine Damen und Herren, wir haben seit vielen Jahren ein Katastrophenschutzkonzept des Landes, wo wir ein strategisches Basispapier haben, mit dem wir auf besondere Katastrophen reagieren können. Einzelne Sonderschutzplanungen und Rahmenempfehlungen, die wir innerhalb unseres Katastrophenschutzkonzeptes haben, die sich mit den spezifischen Gefahrenszenarien auseinandersetzen und uns praktisch immer Handlungspläne in die Hand geben, um auf besondere Einsatzlagen zu reagieren. Meine Damen und Herren, das ist Katastrophenschutz in Hessen. Das ist herausragend gut, so gut, dass sich der Bund in den letzten Jahren geweigert hat, die Bundesfahrzeuge in Hessen zu stationieren, weil es hier besonders gut ausgestattete Feuerwehren, besonders gut ausgestattete Katastrophenschutz gibt. Bei allem Respekt, Frau Kollegin Hofmann, Herr Kollege Felstehausen und auch Herr Kollege Gagel, Sie haben hier ein Bild vom Katastrophenschutz in Hessen gezeichnet, das so schlicht und ergreifend nicht existiert. Meine Damen und Herren, ich achte auf die Zeit. Herr Präsident, Frau Kollegin Hofmann und Herr Kollege Müller, Sie haben sich gerade beim Bund dafür bedankt, dass 10 Milliarden € für den Katastrophenschutz eingestellt wären. Schön wäre es, meine Damen und Herren. Wir warten darauf. Die Innenministerkonferenz hat diese Forderung aufgestellt. Frau Bundesministerin musste davon überzeugt werden. Ich war letzte Woche im Deutschen Bundestag, und wir haben die Debatte geführt. Mitnichten sind die 10 Milliarden € vorgesehen. Insofern freue ich mich, wenn der Druck aus den Ländern auf den Bund mit dazu führen wird, dass der Bund seine Aufgaben am Ende entsprechend bewältigen wird. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Drucksache 2077 und 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 Drucksache 2077 ist damit besprochen. Der Drucksache 2077 soll auf Wunsch der Antragstelle in den Innenausschuss gesandt werden. Das ist so der Fall. Dann machen wir das so. Da spricht keiner dagegen.